Äh, nein. Dein, äh, dein Vereinsbeitrag ist die, äh, Versicherungs-Drauf. So, Sportunfälle. Ich werde es ihm schwer machen. Quatsch. Du musst ihn nicht behalten, wenn es noch drauf passen soll. Hier! Das war Spiegel, Spiegel ist voll, oder was? Ja, 23 Minuten noch machen. Hier! 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 Naja. Doch! Also, ich hab's selbst aus der Kamera. Also, jetzt übertrieben, aber er ist so durch und das ist kein Problem. Und es hat nicht ordentlich genug geplatscht. Also, die Spiegel zeigen soll. Ja. Hände tief. Und zum Sohn nicht plätschen. Jetzt können die das so unterbrechen. Ich filme noch. Ich geh nicht. Kann jemand drauf halten. Hier essen, Thomas Zunger. Falt! 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 16 15 15 15 15 15 20 16 16 16 Vielen Dank. Das habe ich mitgekriegt. Nein, nein! Ich denke, dass wir das mitmachen werden. Darum geht es ja nicht mehr. Wenn alle noch ein Bierchen trinken. Ja gut, ich muss wieder nach Rosi und Regarde richten. Für mein Fahrrad noch bei Rosi stehen. So Jungs, mach hin, sonst passt Finale nicht mehr mit drauf. Ja, 91 Minuten noch mal. Hm. Durcher passieren. Das ist der Kack nachgegangen. Nein! Nein! Kannst du noch mal gucken? Ich wollte mal schauen, ob die noch mal Kaffee gekocht hätten. Nein! Wenn die klägliche Beste abgekriegen. Nicht so. Nein! 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 So haben wir das. Erfangen. Das ist ein... Erfangen. 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 Kau? Hatschü! 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 Hatschü!